so sieht geil aus Alter wer hat dieses rote Face da an der Seite? zum neuen Part von Let's Play Wer ist das rote da? Der gelbe wahrscheinlich einen Einspieler mehr hat Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Go with Cason! Wir machen Fallzungspringen Und ich bin auch von der Partie Ja wie immer mit den drei Action Mit den drei Kollegen des Terrors neben mir Lololol Lolaschviek Ja wie geht das ganze jetzt hier? Ja äh 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 ich wüsste ich hab Egal wir müssen Ich würd halt gern mal wissen wie man hier den Scheiß ausgleicht Ja schon Ist halt echt so ich komm nicht vorwärts Ich komm ich äh 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 Was soll ich machen? Ich komm mit der Stürmung grad gar nicht zurecht Ich glaub hier hat nicht mehr was wir machen sollen Ja ich schon wir sollen mit diesen Leuten hier Formationen machen Mein Problem ist bloß ich komm nicht auf die Punkte zu Egal was ich tue Wer hätte das Zeug nicht weggeklickt dann mussten wir das machen müssen Also ich hab eine Sache schon mal rausgefunden Ich kann hier zum grünen Stau aufwirbeln Ich drück mal hier die Tasten durch Ja ich kann blauen Ich kann hier Saltos machen Nein das bin ich da Ich aber ich kann Saltos machen Lol Äh nein ich bin der blaue Ich bin der grüne Ich bin der mit dem blauen Haaren Ja er ist der mit dem blauen Haaren Ich hab keine Saltos Ei Juli Nein man sollte das Schauen wir mal das mal auch Aber wie 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 gehen wir in diese Das sieht geil los Ey Ey mach das auch mal wie kommen die position hier mit hier ja doch ich bin der pult ist ich glaube ich weiß es geht wir müssen nach unten hinfliegen ja aber wie ja es ist so gut daher die beste hingekommen das ist gemacht einfach so bewegen mit dem was hier mit diesen hausen mit dem damit l und er und er müsste zusammen immer drücken und er erklärt gut zusammen über die ganze zeit drücken öfters nicht mehr dann auch in die richtige Richtung guck mal der immer so dass der Klatsch Leiter hätte ich in einem Kreis L und er gleichzeitig dreht es um es geht trotzdem nicht fast wie geht es denn nicht ich will sich hin was nur ein der ein der getrückt die Saarschen ist klar jetzt st st aber mir geht es auch ich steuere auch gerade nicht, es geht halt einfach nicht. Ich hasse mich scheiße, ich müsste 500 Punkte erreichen, gell? Ja, mir jetzt halt gerade wirklich auch nichts. Man muss, glaube ich, auch mit den anderen Sticks. Man muss halt immer so gegensteuern. Wo ist der andere Scheiße? Soll ich nochmal flipen? Uh! Ja, guck mir, da kann man auch immer einen Flip machen. Ja, Flip kann man auch noch. Hm, das ist ja sehr kurios hier. Ich blick da noch nicht ganz durch dieses Resort. Als ob das doch nicht so schön ist. Alle haben verkackt. Alle. Mach mal noch mal. Mach mal noch mal. Weil wir es die geschafft haben. So zusammen. Du bist aller A drücken. Okay. Wir sind einfach die immer gleichzeitig so und richtig hin. Die beiden? Ja. Die. Na komm es. Guck mal, ich bewege mich doch gerade. Und auch mit A, mit A kann man so eine Rolle machen, dass man richtig hinkommt. Komm. Komm doch, du Scheiße. Guck mal. Und dann einfach. Ja, aber halt. Gleichzeitig, Mann, Junge. Ja, ich drück die gleichzeitig. Nein, machst du nicht. Doch. Ich drück die beiden gleichzeitig. Guck mal, jetzt hast du's doch. Ja, ich. Das war direkt, das war kurz danach. Also, das ist erst ein Einladier. Immer so gleichzeitig. Ja, ich weiß. Ich drück's bloß 5000 Mal, bis es halt mal reagiert. Es reagiert halt einfach nicht. Das ist mein Problem. Ah. Ja, tu ein bisschen weiter nach oben. Weil da ist halt das Fitzkonsole. Ja, sag's halt. Da, hinter dem. Ah, eigentlich müsste ich trotzdem reagieren. Ja, ich finde ich halt bloß gut, wenn sie's nicht tun. Das ist mein Problem. Wenn sie's nicht tun, kann ich nichts ändern. Das ist ein bisschen kurios tatsächlich jetzt. Wir können auch gleich bei was anderes ausgehen, glaube ich. Warte, das ist Schrott. Das ist schlicht und ergreifend der größte Müll. Ich hab's noch nie gemacht. Was? Fester. Nee, das ist... Ich hab das damals schon nicht gemacht. Sag, du hättest du noch nie gespielt. Ich glaube, ich hab... Der, was? Nein, den scheiß, aber den gibt's auch in anderen Spielen. Ja, ich komm jetzt einfach nicht mal in die Nähe. Ich auch nicht. Ich kann machen, weil sie schon das Sauern sind. Fressen wir's ab, oder? Bitte, ja. Äh, ich geb dir noch einmal gespielt. Einer Sache, die einfacher sind vielleicht. Schott, wer hat den Dreck ausgewählt? Der wird verprügelt. Gar wett. Ich weiß nicht. Nee, das war ich. Aber ich kann eben nicht wissen, dass nix kommt. Ja, er kann's auch nicht. Ja. Ich kann's besser als du. Ja, eben du auch nicht. Ja. Ich hab's dreimal geschafft. Ja, weil man dafür alle braucht. Ja, eben. Merkst du was? So, aber wir haben trotzdem einfach mal, ähm, Stempel bekommen. Ähm. Du machst mir wieder nicht weiter, was... Hahahaha. Wieso, wieso bist du eigentlich so? Ich kapierst das. Ähm. Ich bin 3D-Bauer. Ja. Ihr spielte Fortnite. Tötet das, bevor es eier legt. Ja, und was? Und wo mussten wir jetzt hin? Entschuldigung, dann dritte fahren. Oder Straßenprostituator, wenn du's so haben willst. Nimm mal im Ernst. Was müssen wir's machen? Ja, von Leuten Missionen annehmen, frag nicht so dumm. Ich hab grad einen angefahren. 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 Wir sollten mal ein bisschen mehr planmäßig das ganze machen. Bloß dein. Da, hinter dir. Da, hinter dir. Hast du irgendwas noch zum Fressen? Wir sollen angeln. Was? Das macht's nicht besser. Noch nie. Äh, geh jetzt mal auf wie man spielt, damit die wirklich erst mal die Störung eins hat. Ja, bitteschön. Ich hab mal schon aufgeschrieben. Grundsteuerung kommt. Das ist schöner als jede Duftkerze. Blätt. Also, mit L eine Stelle schnackeln. Und drücke A um loslegen. Ein rot gefärbter Blinken der Kurse bedeutet, dass man den Haken nicht anders leider auswerfen kann. Ähm, wenn der Ausrausdruck ist, dann lass mich aber in der Verleihung sein. Okay. Dann reibst du mit der drauf, oder? Dann reibst du mit der drauf, oder? Nur die ganze Zeit so umgehen. Das ist halt so, in diese Reise so reinkommt, dass der kommt. Die Rechte, die ich da hingelegt hab. Das ist gut. Hä? Man sieht doch nix. Man sieht doch nix. Das ist mich verarschen. So, jetzt drück mal B. Wir haben nämlich noch keine Frister. Wir brauchen uns ordentlich Angelergebnisse anzusauen von dir. Du hast drauf gesucht. Boah. Also, aktiv jetzt starten. Ganz genau. Tut mir leid, wenn du's nicht kannst, kann ich dir nicht helfen. Du hast den Kontroller bewegt. Du hast den Kontroller bewegt. Wer hätte den Kontroller von mir betatschen und nicht mit? Ich hab mir jetzt gleich was zu essen hier. Ja, Gleis. Das ist die Betonung. Was? Was? So. Was gibt's? Was hast du gerade gesagt? Ja, Gleis. Ich kann Gleis Hips holen. Aber jetzt mach mir erst mal das hier. Alter, wer bin ich? Äh. Ich bin auf jeden Fall mal unten. Ich weiß nicht, welche Etage. Äh. Einfach mal A drücken. Ja, Steph. Einfach auch mal aus. Ah, ich weiß wie's geht. Wenn ich das jetzt richtig überrissen hab, weiß ich wie's geht. Okay. Ja, das ist jetzt auch nicht so schwer. Wo sind denn Fisse? Überall. Heißt rot, dass es nicht geht? Ja. Da muss man einfach nur warten, oder? Äh. Ich weiß nicht. Nein, man soll die Punkte halt kommen. Ah, ich hab einen, glaube ich. Ich warte einfach. Ich hab einen. Ich auch. Der am Sam. Schau mal hin. Alter, das ist ein fettes Teil. Aber das ist ja eher eine Glückssache. Äh. Ob man was bekommt. Und ja, was man bekommt. Ne, schau mal dahinten. Das ist zum Beispiel das Deine. Ich geh mal hier in den Gebiet. Bin ich so sozial. Jetzt geh mal da hin. Wieso gehst du in mein Gebiet? Hallo? Alles klar. Mann. Du musst mal wieder herziehen. Mit Ago. Ja. Ich hab den Nächsten. Also. Das ist aber gar ne Glückssache. Ob der was ist, wo man hinwirft oder nicht. Mann, es kommt überall was. Das ist ja das. Der Nächste. Ja. Aber ob das jetzt gut ist im Beispiel. Alter. So. Jetzt der Nächste, der den Fisch einholt. Der hat da die Punkte erreicht. Als ob, alter. Auf den letzten zwei Metern. Komm David. Reiß das Ding. Digga. Auf den letzten zwei Metern ging's da nicht. Kiss. Nein, mein Angel ist durchgewischen. Scheiße. Ah. Wieso? Ja wär's gewesen, meine Angel ist durchgewischen. Wir brauchen nur 2500 Punkte, oder? Ja. Wir haben ja so gut 2.500. Wir haben sie schon fast. Das ist ja das. Wie viel Zeit haben wir noch? Ah, viel. Alter, warum geht das denn? Hab ich zu schnell getrunken? Ja. Gab's ausfüllen. Scheiße. Wir haben's. Mal jetzt mal da in die Richtung. In der Hoffnung, dass da etwas ist. Also Punkte haben wir auf jeden Fall erreicht. Also wenn's ist, wir haben gewonnen. Soll man nicht immer so stark drücken? Ähm. Ja, soll man nicht. Ja, okay. Kann sein, dass die Leine durchbricht. Oder auch wenn's schwach drückt hat. Dass ich gerade erfahren muss. Ob mal wieder einer entwischt, was er auch immer. Es kapiert's nicht. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich dachte immer, dass wir ja möglichst schnell haben. Ich dachte immer, dass wir ja möglichst schnell haben. Der wirst einen geilen Fisch gefangen. Alter. Das sieht geil aus. Heftig. Aber etwas sind 3893 Punkte. Ich hab mir das auch gekauft. Ich hab mir das auch gekauft. Ich hab mir das auch gekauft. Hm. Wieso? Zum Trainieren. Zum Trainieren. Ah, das ist mal ein gutes Thema. Und mal die Community, die wichsnet sich auch so. Ähm. Trainiert ihr Leute? Also geht ihr mal ins Fitnessstudio oder trainiert ihr zuhause wenn ihr trainiert. Was gab es bei den Kommentaren? Oh, ich hab einen Schatten. Ja, ist, 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 ist. Ich hatte eine vorne in der Sardine, Alter. Die Zeit ist eh gleich vorbei, wie ihr sehen könnt. Wir haben's. Aber ich wollte mal sagen, wir haben ein bisschen über die Anzahl an Punkten. Die Zeit ist hier oben. So denn, ähm. Können wir zufrieden sein, ne? Aber. Das. Ich hab mir die neue Version vom Buch gekauft. Und da tanzen wir rum. Das ist echt neust, Mann. Ist doch schön. Macht doch Spaß. James. Also. James. Äh, die kannst du holen. Sind auf dem Tees. Hol bitte die Salzsägen. Die Salzsägen. Die Salzsägen. Die Salzsägen. Machen jetzt zuerst eine auf. Salzsägen, Benne. Ähm. Soll ich drücken? Bin ich das? Äh, ja. Ich glaub, das bist du da, Salias. Mann, jetzt will ich. Wollen wir erst blocken. Wir machen das. Mach den Zwischenzug. So. Der ist alle gerissen. Aus der Gamer Couch. Wer war der blaue? Da wird doch kein einzigen Fisch gefangen. Geil. Du hast viele. Ich hab viele. Also. Und raus. Ähm. Aktivitäten Menü. Drück mal drauf. Ei. Ich hab gerissen. Was soll ich sagen? Beenden. Natürlich beenden. Und dann schauen wir mal was ist noch veraktiviert. Ich glaub irgendwas macht mir falsch. Äh. Wohl eher du. Weil wir haben es ja jetzt gerade gerissen. Nein. Darum geht's mir nix. Oh. Ja. Ähm. Das hat mir Spaß gemacht. Hier das Fissen. Und wie hast du jetzt eigentlich die Bubble-Star mit Controller 3? Das macht einfach nur Sinn. Was hab ich? Aber wie ist die ganze Zeit in unserem Ding zu trennen müssen das ist. Und als wäre eigentlich ist das von anderen. Hier kann ich nicht abstellen. Das ist angeln. Ich fahr', ich fahr' hier ein bisschen rum Jungs. Ich fahr' hier im bisschen rum Jungs. Ich fahr' hier im bisschen rum Jungs. Ich fahr' hier im bisschen rum Jungs. Ich fahr' hier in die Stadt von und schon was das so so geht. Ich fahr' hier im Springen. Ich fahr' hier. Ich fahr' hier. Ich fahr' hier bei irgendeiner Brücke. Ich fahr' hier. Nur gibt's die Quats? Da wird über lang' ein Rä. Räh. Weil auf und auf der Stelle der Einser sind. Das ist meins. hier gibt es noch irgendwelche er wollte ein quadrennen machen ich hätte ihn jetzt gefunden ein und der quadrennen anbietet Junge hast du gerade mal quad geklaut? ja hat er mal ausprobieren ah quadrennen, sehr schön mach überhaupt keine faule Sau du bist echt so fangen wir an mit den quadrennen liebe Leute David juckt sie einfach nicht das sollte man aus der Community mal wissen dass es so faul ist uns Popcorn zu machen das sollte man echt wissen wie der David wirklich tickt echt so das ist ganz einfach zu wissen, dass man das tickt das ist ein Quadrennen, das ist lustig also in dem Park machen wir eben alle und ich glaube wir machen immer zwei Aktivitäten ein Park oder so das ist doch eigentlich mal eine ganz gute Idee Fähigkeiten bleiben genau gleich, also Steuerung ist genau gleich wie Bumping ja das ist halt einfach viel angenehmer so das ist halt einfach aber das kann auch zu springen, das ist nice ja alter war doch knapp zack das ist so kacke mit dem Quadrennen, fuck dich, David zum Beispiel Dichter Romo die Wüste ist mehr ja es sind bei der Halt aber springt und ausweichert und die Schleifung das sind hier die Schüsse ist das Ziel das war es ja die Nächsten war das sind alles in mehr Runden bei uns das ist Graz sollte man über springen zum Treibungserkenntnis ich habe er ist gerade auch so er merkt über die Masse waren und das war für sie sind ganz auf aber ich dachte mir es wäre lustig wenn wir das mal zu dritt machen so als ähm nicht Two-Gatter sondern Three-Gatter so zu sagen. Nö, gar nichts. Das ist das was mich stört hat. Ich hab nichts gemerkt. Das war mir noch nicht mal schwummrig oder so. Nix. Nix. Ich weiß nicht wer da so wenig reingetan hat. Und äh ja, das ist gut. Ich meine jetzt nicht wundern, dass die hinten anfangen irgendwas zu labern. Sie haben zwar keine Geschmack und so, aber aber halt nix drin. Das ist dann mal über was die Kralle redet, was es für uns schmeckt. Sie ist bestimmt auch die Community. Nein, wir reden gerade über verschiedene Browniearten. Browniearten. Ah ja, Brownie sind sehr lecker. Brownie sind lecker, hallo. Suki, Suki, Suki. Suki, Suki, du kannst halt nicht essen. Ja, ja, es gibt doch welche, die es essen kann. Ja, ich hab ja, falls... Wie eigentlich von der Community wissen, ich hab ja eine Akkursinpläne. Zerl ist leider ein Gebräuner, die es essen kann, aber... Es gibt doch welche, die es essen kann. Alles sind zu schlecht. Dein Lebensstil gefällt mir nicht. Wir sperren dich jetzt in Reservate. Mein Lebensstil. Hallo. Es gibt Leute in Veganer, die machen sowas nur nicht freiwillig. Ich meine, bis auf Fleisch bist du auch quasi ein Veganer. So, aber wahr. Ist so. Wenn ich kein Fleisch essen, wäre ich 100% ein Veganer. So, und zweiter. Ich bin dritter. Das bin ich nur überholt, die Sau. Dritter ist aber auch nicht so's lässt. Ja, ich hab's doch gezeigt, dass ich's kann. Ja. So, es ist... Also haben wir alle gewinnen. Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. So, da feiern wir alle. Ja, echt mit der Tribune. Ich bin zufrieden. Du bist zwei Sekunden später ins Ziel gekommen. Da haben wir irgendwie so 10. Bei dir 10, bei mir 7. So, sowas gibt's. Schon, gell? Ja, es ist unglaublich aber wahr. So. Und das war's, ähm, super. Es gibt noch viele andere Quatztrecken. Jaja, mach mir irgendwie... wir werden ja jede Sportart einfach nur einmal ausprobieren. Maul, 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 maul. Sieht ihr ja welches es alle gibt. Scheiße, drüge mal! Ähm, alle von denen werden wir mal ausprobieren. Um das ein bisschen fest zu halten so. Und ja, im nächsten Part machen wir dann weiter mit der nächsten Sportart. Ja, jetzt wird sie wieder so ex freigesaltet. Ja, 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 plapp, plapp, plapp. Drück A. Drück A. Du musst fester draufdrücken. Wenn jeder Gamer drückt man fester, funktioniert es besser. Scheiße. Was wollt ihr von dir? Mach nichts aus gut. Du musst A drücken. Aua. Ist doch weh. Das taucht mir mehr zu weh. Einfach mal so ins Center gibt es hier im Resort, die funktionieren als eine Art Stützpunkt. Ähm. Du musst vorschlagen, wir fahren einfach wieder zurück zu unserem eigentlichen Resort. Wir machen mal im nächsten Part. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mal hier. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. t. Ich bin doch voll auf. Ich bin doch auf.